DT, habt ihr einen verloren oder seid ihr so nah zusammen? Wir sehen nämlich nur vier. Interessante Frage. Ich trau mich bei der Höhe nicht in die Schützenansicht zu gehen. Wir sind hier nur zu viert unterwegs. Okay, wir sind nur zu viert. Wer ist missing? Es sind noch fünf Bomber drin. Ach so, da fliegt der eine allein, ne? Okay. Sind beide in Formation? Ich bin. Ich bin auf der rechten Seite, ein bisschen hinter euch. In Formation, okay. Wenn es ein Weg ist, dann bin ich in Formation. Okay, Speed ist 300. Ata ist 1.0 zu 1.1. Wie kann ich ihn? Anyway, ich sehe, ich kann euch nicht folgen, weil meine Flamme ist nicht in full competition. Ich bin zu langsamer. Galant, wo seid ihr? Ich sehe ihr, guys. 1.8. управieren. DC, wir müssen noch langsamer werden. Da, wo wir mit der Sicht auf den Faltführer oder in dem Mitte unserer Aufungation haben. Reduktion C-12, die Zeitpunkt zu 250, Ata 1.0. Die sind. Wer war gerade über meine Hände? We are currently in OA48 Odessa I see you guys, who's in the turn? Turning left, heading is north That may be Saratay Return, here I'm with me and there's a dot On my far five Oh fuck, I'm low Golan, why aren't you in a finger 4 formation? No easy answering, sorry Speed, what's the spread here? Speed is 250 How is it possible? How is it possible? Which airplane has entered the 4 formation? You should go back to your squadron, you're not in our channel Golan, pull back together your squadron Speed now to 60 I'm on the direction 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 You should have at least had a little bit more experience in reading information I'm on the direction Negative, but I don't wonder if that's on the direction I'm on the direction I'm on the direction I'm on the direction I'm on the direction Quatsch auf 9 Uhr Quatsch auf 9 Uhr Aber vermutlich die eigenen DC, ich glaube wir müssen weiter nach Osten Wir wurden gerade zurückgesetzt Wie jetzt schon, angeblich bin ich in der Mitte der Karte Na ja, guck mal auf die Karte, da siehst du den kaffurierten Rand Oder den gestrichelten Also wir fliegen hier gerade ganz außen Kein Weaverkontaktor von 9 Uhr Na gut dann, Kurve über Rolf, neuer Kurs ist 090 Rolf, dann wären wir sofort zurückgesetzt Wären wir weiter nach Osten müssen, ist das Rolf Wären wir weiter nach Osten müssen, ist das Rolf Wären wir weiter nach Osten müssen, ist das Rolf 211 und 201 Garlant, what's your attitude? Okay, jetzt kriege ich eine Kartenrandwarnung, Kurve über Lisa Garlant, are you attacking someone? No, it's not familiar Nein, zu spät Okay, komm wieder zu Ich glaube ich bin hinter dir Aktueller Kurs ist West, ich fliege geradeaus Ata und Eile? Äh, Ata ist 1.0, Eile ist 2.80 Äh, 2 Kontakts, äh, about 9 o'clock, hi Ja Kann jemand confirm? Und wer ist das Lonely Sparviero? Das ist Satam Odessa, er fliegt mit Bombs Da vorne links siehst du auch die, jetzt die feindliche Flotte Da vorne links siehst du auch die, jetzt die feindliche Flotte Na ja, wenn das die feine sind, dann sind wir genau auf Zielkurs Garlant, what's your heading in altitude? Dezi, unsere Flotte ist auf unserer 9 Uhr Wir sind auf eurer 9 Uhr Also ich hab jetzt Kontakte genau auf 12 Uhr We should be on your guns, it's 3 o'clock Ja, I see something on my 5 o'clock Höher Ata auf 1.1 Okay, I see something on my 5 o'clock Also Kurs Ost, äh, genau auf meiner 12 Uhr hab ich, äh, Schiffe Wir sind Kurs West Termine Ja, natürlich, wir sind Kurs West Robi, also ich hab Kontakte genau auf 12 Uhr Richtung, äh, West Kurs Haben wir auch Also ich zumindest Ja Na, jetzt rattert bei den Jägern, jetzt gucken sie Ich sehe die Gruppe of Ships, is it our target? I hope so Ja, der andere ist likely to be our target Also genau auf 12 Uhr hab ich ne Gruppe von 3 bis 4 Schiffen Links davon ne Gruppe von 4 Schiffen, rechts davon ne Gruppe von 5 Schiffen 5 sind wahrscheinlich die, der britische Transportkonvoi Und das in der Mitte die Hauptschlagkurve und davor sind die Zerstörer Da hat er ne Ahnung Da ich keine Lust auf Zerstörer habe Kurve über Rolf, wir nehmen den rechten Verband Kurve über Rolf, wir haben 2 Kontakts in der Altitude Und ca. 4.6 km Wir haben 5 Kontakts in der Luft, 5 Wir sind über den Bombers, wir sahen 2 mehr Kontakts in der West Ja, da sind 5 auf der 1.5 Seite Just below uns So, leichter Kurve über Lisa Wir haben 1x2 Kontakts und 1x3 Kontakts Da sind die europäer aus 18 Kontakts нее Tub butt Ja, da sind 3 Kontakts Wir haben 2 Kontakts . Und da sind die adam Kurve über Rolf, du hast da? We're the group highest. Contact is above the convoy. ATA is still 1.1? ATA is 1.0 to 1.1. Current speed is 2.80. We're going to get the flight ship now. That doesn't look like that before me. We see, we see. We're diving into. Someone is getting shot at. Slash ships and cruiser, right? So, the right is a destroyer. I would say after the construction. Yeah. In the middle of the cruiser. Then we're going to take the flight ship. Plane on my 6. Go fighters, coming in high. Shirts are shot. Stay together. Reducing speed to 250. ATA. 1.0. We have Pfizer and new bombers. Take them straight. Take the tall in the middle. I'm taking the far right one. Take the tall because I didn't go in the left. We are all with you Okay, we're going to protect the bombers then Galant, I'm the lowest of your four contacts up high I guess You're in a group of three still Yep We're going to protect the bombers Victor, I'm following you Okay, torpedo los Torpedo los Torpedo los Torpedo los Torpedo los Galant, wir haben vier Kontakts der gleichen Höhe, wie wir uns folgen.